Was geht da im Hintergrund, Alter? Da war auf einmal alles gelb. Was kommt erstmal? Office! Oh, Classic Mo players would rub their weapons if they die. It's better than you also should pick it up. Ja, kann doch gerne eine APP sein, die eigentlich ja besser sind. 228 damage pro Runde. Ob das vielleicht ein Hack ist? Ist auf Office jetzt nicht so unwahrscheinlich, oder? Da muss sich wer entscheiden, da muss sich wer entscheiden. Oh Gott. Nicht mal nochmal ein Stück rüber-Aim oder so, sondern einfach nur... Ach, Warleg-Aim-Mod. Ich muss ja nur noch Bunny hoffen, dann freue ich mich. Oh, verdammt! Wer ist nach einer Runde geklärt gewesen? Das mache ich auch immer. Das ist toll. Aber ich schieße ihn meistens weg, dass er nach vorne umkommt. Der nervt ja nämlich nicht, wenn man in die Ecke geht. Weil ich stand schon mal in dem geglitscht. Das war nicht toll. Keiner baut über hinten auf, das ist gut. Oh, Junge, ey. Warum denn? Warum... Offices ist die Hacker-Map. Das ist... Entweder können die Leute das wirklich... Mann, da ist ein verficktes Sofa. Bist du dumm? Entweder können die Leute das wirklich... Guck mal, jetzt machen wir das wieder weg. Ah... Und smoken sich ein, aber niemand pushen so die ganze Zeit. Oder er lässt sich so pushen auf Office, ey. Boah, dann merkst du einfach, dass die Leute scheiße sind. Office zum ersten Mal spielen. Oder die Leute einfach hacken. Ja. Er wurde von hinten getötet so halbwegs. Oh Gott. Ey, aber er war ein bisschen irritiert. Na komm, er hätte es ja ab-aipen können. Alle von vorne, siehst du. Oh. 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 Oh, alter Schwede. Bunnyhop, bitte. Bunnyhop. Einfach irgendwo lang. Das ist 34 zu 3. Webit 바로 integriert. Bob. Maher. Wack. Ja. Ihr werdet alle lang. Ach komm Bunnyhop mach irgendwas ey, vielleicht versink ich schon wieder voll im Stuhl Seine, Alter das ist Seine vorn Boah, was stimmt denn mit ihm nicht? Alter, er hat ne AWP Porn Fabrik, da kostet die noch 6 Euro Da war das Bunnyhop Oh Okay Oh Oh So Schön, oder? So Oh Overpad Deswegen gehen das Oh 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 Handy Handy Oh 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 Jetzt steht es auf einmal für 4.30, hab ich noch mal für 4.30? Können natürlich auch noch einen Monat warten, aber... Ne, das sehe ich ja nicht, Alter. Alter, was stimmt mit ihm nicht? Komm, mach es noch nicht, Jakob. Schieß doch mal auf! Ja, muss wieder entlasten. Weil er gemerkt hat, der häng ich so heftig eingestellt. Alter, er schießt nicht mal! Ja, aber nicht noch, das sind 3 Sekunden. 3, 2, 2, 3... Wird er jetzt erst sehen können. Oh Gott, mach doch bitte Bunnyhop oder so, dann kann ich das hier sofort durchjagen und bewerten. Ja, du weißt doch, dass er unten kommt. Nur tu doch nicht so scheinheit, du hast in der Smokin' One-Tap fast verteilt. Ah, du bist nicht mal drauf. Du bist nicht happy. Alter, schlecht ist der Heck überhaupt. Und dann wird die Waffe weg aus Panik, würde ich mal sagen. Oh. 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 Ach so. Findet man was der macht! irtat. Wo soll die denn bitte hinfliegen? ft! Ja. 28 We daten. Da muss man sich das ja auch noch ganz antun, ey. Zum Glück, maximal noch drei Runden. Er war auf den Eiern, das ist der nasseste Trigger. Wo soll die Lampen, genau, da landet sie, wenn er sie eben rechts gegen die Wand geworfen hätte, dass sie mittig landet auf dem Rückweg. Schieß doch. Dann musst du noch rauskommen, wo man die einfach voll gesehen hat. Ja, das ist der Nassau. 1, throw in the flashbang Terrorists win Throw in the flashbang Ist das eigentlich immer ein FPS-Drop? Wenn er sein Menü halb offen hatte oder so? Vielleicht immer noch Sidewatch läuft, ich weiß es nicht Na ja, Aim-Hack hat er gemacht Vision-Hack hat er auch Azza kann ich nicht bestätigen, weil nö Ungegriff hat er auch nicht Hui Rache Rache Den Cage Den Cage Den Cache Puffin, Emo, Seal und Rose Den Iguana, Ango, Flamingo, Sheep und Woodpecker Ja 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 Ja, grüß Alter Er ist der König, er hätte das Major gewinnen können Aber nein Er hackt überall Er hackt überall Da hat er gemerkt Oh, ist doch ein bisschen heftig, ne Ja Amazon Spacken Ja Und jetzt ist er auf einem anderen Spot Alter, Alter Alter Boah, du bist zwei Boah, Autoshoot Boah, du bist zwei Boah, du bist zwei Boah, du bist zwei Boah, Autoshoot Ja Ja, Hack weiß ich jetzt schon Oh, okay Welche兵 Ich probiere es auch immer уд Ehh Und sperren wesentlich Ach ja Wer triggert denn in den Kopf, ey, wieder? Der hat ja immer auf den Körper gesetzt, oder? Ja, oder? Äh, wer weiß, wie man die Sachen smog, das ist ja der Wagen. Alter, der ist so scheiße, oder Enkauer hat ein Fake-Hack. Das ist auch witzig. Ich hatte mal einen Wigner-Team, der hat nicht Aim-Bot gespielt. Kein Aim-Bot, kein Wallhead. Das hat man gemerkt, weil er sich echt aus Position hat holen lassen. So echt, ne? Aber du hast ihn nicht getroffen. Du warst auf ihm, standst vor ihm, hast du das Blutspritzen gesehen keinen Schaden gemacht? Oder hast du ihn allgemein nicht getroffen? Obwohl die erste Kugel ja normalerweise voll reintrifft. Sozusagen, wenn man es still hält. Und ich habe es still gehalten. Ich bin mit der Arbeit bündig auf ihm drauf. Ich habe um ihn herumgeschossen. Dankeschön! Ciao! 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 Ciao!